Hallo und einen schönen guten Tag. Sie spielen mit dem Gedanken, den Aufbereitungsprozess in Ihrem Belebungsbecken zu optimieren? Oder Sie befinden sich schon in der Planungsphase? Sie stellen sich dabei vielleicht die Frage, wie soll denn ganz konkret meine neue Verdichteranlage aussehen? Innenaufstellung in einem vorhandenen Verdichterraum oder doch eher Außenaufstellung? Vielleicht aber auch eine Containerlösung, ganz nah am Belebungsbecken? Und welche Verdichtertechnologie ist für meinen Aufbereitungsprozess bezüglich der Energieeffizienz am sinnvollsten? Wie realisiere ich ein optimales Zusammenspiel zwischen der Verdichterstation und dem integrierten Belüftungssystem? Und kann wirklich meine Biologie exakt auf den benötigten Sauerstoffbedarf eingestellt werden? All dies sind Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen. Aber ganz zum Schluss kommt die allein entscheidende Frage, lohnt sich der ganze Aufwand für mich? Und genau das möchten wir gerne mit Ihnen gemeinsam in unserem Webseminar Ressourceneffiziente Abwasseraufbereitung, Systembetrachtung auf der Kläranlage Wallau-Biedenkopf diskutieren. Gemeinsam mit einem Streifenbelüfter-Hersteller haben wir die Anlage von einer Oberflächenbelüftung auf eine Druckbelüftung umgestellt. Die ersten Verdichterstationen als Containerlösung in Kombination mit den integrierten Streifenbelüftern sind exakt auf den Sauerstoffbedarf der Biologie eingestellt. Und das Ergebnis davon ist wirklich fantastisch. Wir können hier mehr als 55 Prozent der Energiekosten einsparen. Die Investitionskosten von ca. 150.000 Euro für ein neues Verdichtergebäude konnte ebenfalls mit der Containerstation eingespart werden. Und diese kompakte Anlage kennt auch keine Probleme mit Schall und Lärm. Wir haben Ihr Interesse gewählt? Und vielleicht haben Sie auch ganz konkrete Fragen? Na dann, klicken Sie doch einfach am 20. November um 10 Uhr in unser Webseminar Ressourceneffiziente Abwasseraufbereitung, Systembetrachtung der Kläranlage Wallau-Biedenkopf rein. Gemeinsam mit dem Betriebsleiter Agurban Müller von der Kläranlage Wallau-Biedenkopf, einem Streifenbelüfter-Hersteller und der Erzner Maschinenfabrik möchten wir Sie gerne von diesem Projekt überzeugen. Ich freue mich auf Sie. Bis dann! Expect performance